Hey zusammen, Togi hier. In meinem Testvideo zur Anker Powerhouse 767 habt ihr mir ganz viele Fragen gestellt, die ich im Video leider nicht beantwortet habe. Darum gibt es heute nochmal ein Update-Video mit all euren Fragen zur Powerhouse 767. Ich quatsche auch gar nicht weiter um den heißen Brei, gehen wir direkt in die Fragen rein. Ich habe mir alle eure Fragen rausgeschrieben und die erste Frage ist, wie ist das Ladeverhalten, wenn Solar und 230 Volt gleichzeitig angesteckt sind? Der Hintergrund dieser Frage ist sicherlich, wenn man die Powerstation zu Hause wahrscheinlich am Balkonkraftwerk dran hat, beziehungsweise an der 230 Volt Steckdose und parallel vielleicht sogar noch Solarpanels angeschlossen hat, ob die Powerstation dann die Solarpanels bevorzugt, einfach um in Anführungsstrichen saubere Energie zu laden sozusagen und damit den Solarstrom zu bevorzugen. Das Ganze habe ich ausprobiert, leider aufgrund der aktuellen Dunkelheit und des Wetters konnte ich es nicht direkt am Solarpanel testen, also habe ich das Ganze mit meinem Labornetzteil simuliert, habe das Labornetzteil auf ca. 200 Watt eingestellt, das simuliert mir sozusagen ein 200 Watt Solarpanel und habe gleichzeitig die 230 Volt an die Powerstation angesteckt. Tja, und was soll ich sagen? Die Powerstation bevorzugt leider 230 Volt, also selbst wenn parallel ein Solarpanel angesteckt ist, nimmt sie den Strom aus der Steckdose. Die nächste Frage fasse ich mal etwas allgemeiner zusammen, kann ich mit meinem vorhandenen Solarpanel die Powerhouse 767 aufladen? Ich habe es in meinem Testvideo schon mal angedeutet, der Solareingang der Powerhouse ist relativ groß, also wir haben eine Range von 11 bis über 60 Volt und können glaube ich bis zu 10 oder 15 Ampere, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, laden mit der Powerhouse und demzufolge können wir eine ganze Reihe an verschiedensten Solarpanels dort dran anschließen. Wichtig ist bei Solarpanels einfach immer, dass ihr auf die Kennwerte achtet. Wenn der Strom des Solarpanels höher ist, ist das nicht allzu schlimm. Wenn die Leistung in Watt höher ist vom Solarpanel, als die Powerstation kann, ist das auch nicht so schlimm. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist die Spannung. Das angeschlossene Solarpanel darf nicht mehr als die angegebene maximale Spannung der Powerstation haben. Das gilt bei allen Powerstationen, also nicht nur bei der Anker Powerhouse, sondern generell. Und wenn ihr auf diese Werte achtet, dann habt ihr freie Möglichkeiten, ein verschiedenstes Solarpanel eurer Wahl an die Powerstation anzuschließen. Achtet hier natürlich noch auf den entsprechenden Adapter. Wir haben hier bei der Powerhouse einen XT60-Anschluss. Dort gibt es aber auch zahlreiche Adapter bei Amazon, beziehungsweise auch in meinem Amazon-Shop. Da könnt ihr unten mal reinschauen. Dort habe ich euch größtenteils alle Adapter, die ich so finden konnte, reingesetzt. Also von XT60 auf MC4, auf Anderson, auf etc. Je nachdem, was ihr braucht für euer Solarpanel. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Mit wie viel Watt lädt sie bei stillem Laden? In der Anker-App gibt es die Option zwischen Highspeed-Laden und leises Laden oder stilles Laden. Das kann man umstellen. Das habe ich für euch ausprobiert, habe auf das langsame Laden umgestellt. Und da hat sich die Powerstation auf etwa 700 Watt eingependelt. Dabei ist der Lüfter nicht gänzlich geräuschlos, aber er läuft auf sehr, sehr kleiner Stufe. Das sind so ungefähr um die 40 Dezibel. Also man hört ihn wirklich kaum. Nächste Frage. Wie ist die Umschaltzeit im USV-Modus? Ganz kurz zur Erklärung. Der USV-Modus ist die sogenannte unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, ihr habt zum Beispiel an der Powerhouse ein Gerät anstecken, was bei einem Stromausfall weiter funktionieren soll. Was macht ihr also? Ihr steckt die Powerhouse in die Steckdose zu Hause und euer Gerät an die Powerhouse. Und wenn dann der Strom aus der Steckdose ausfällt, springt die Powerhouse sozusagen ein und versorgt euer Gerät weiterhin mit Strom. Ist vor allem für die Leute mit so einer Atemmaske, so einer Schlafmaske interessant oder für eine Heizungsanlage oder für ein Server oder PC-System, wie auch immer. Für sowas ist das meistens gedacht. So und da sind bei den meisten Powerstationherstellern geben die so um die 30 Millisekunden an. Das ist die Umschaltzeit oder die Zeit, die die Powerstation braucht, wenn der Strom weg ist, auf den internen Wechselrichter umzuschalten. Bei der Powerhouse 767 wird in der Bedienungsanleitung 20 Millisekunden angegeben. Ich habe das Ganze hier bei mir mit dem Oszilloskop versucht nachzustellen. Hier habe ich eine Zeit von ungefähr 15 Millisekunden ermitteln können. Also innerhalb von 15 Millisekunden schaltet sich die Powerhouse ein, sobald der Strom ausfällt. Das erkennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr ein Gerät angesteckt habt, maximal an einem glitzetleinen Flackern, einer Lampe oder irgendwas dergleichen. Im Verhältnis zu anderen Powerstationen ist das wirklich schon ziemlich gut. Die meisten Powerstationen liegen da so bei 25 bis 30 Millisekunden. Hier sind wir mit 15 Millisekunden wirklich schon sehr, sehr schnell. Die nächste Frage beantwortet sich eigentlich auch schon aus der vorhergehenden. Und zwar kann man die Powerstationen gleichzeitig laden und entladen. Ganz klare Antwort, ja, aufgrund des USV-Modus. Also habt ihr, egal was, ein Solarpanel oder 230 Volt an die Powerstation angeschlossen, könnt ihr alle Ausgänge hier vorne problemlos weiterhin benutzen. Wer die Diskussion um die EcoFlow River Modelle der ersten Serie eventuell ein wenig verfolgt hat, der fragt sich vielleicht, ob die Powerstation einen durchgeschliffenen Schutzleiter hat. Also das heißt, dass sie auch sicher ist und den Gerätespezifikationen entspricht. Das habe ich auch ausgemessen. Das funktioniert hier problemlos. Also der Schutzleiter wird vom Eingang der Powerstation bis vor zu den Steckdosen durchgeschliffen. Bei meinem Testbericht zur Anker Powerhouse 767, wer ihn übrigens noch nicht gesehen hat, ich habe ihn euch hier oben einmal verlinkt, bin ich ja mal auf die Anker App eingegangen. Also die Powerstation kann ja über eine App gesteuert werden. Dort drauf bin ich eingegangen und habe aber da eine ganz coole Funktion vergessen, die zum Beispiel aktuell noch keine andere Powerstation hat. Und zwar ist das die Timer-Funktion. Also das heißt, man kann zum Beispiel den AC-Ausgang einschalten und kann festlegen, wie lang dieser AC-Ausgang eingeschaltet bleiben soll. Zum Beispiel nur 30 Minuten, 45 Minuten, eine Stunde, etc. Ja, und das gibt es unter anderem jetzt auch in der Anker App. Ich nehme mal an, da werden andere Hersteller wahrscheinlich nachziehen mit dieser Funktion, aber das finde ich schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Eine weitere Frage war auch, was macht der Reset-Knopf? Bin ich übrigens in meinem Testvideo auch nicht drauf eingegangen. Die Powerstation hat einen Reset-Knopf. Bei anderen Powerstationen wie EcoFlow zum Beispiel ist es meistens über eine Tastenkombination, die aber nicht unbedingt bekannt ist. Die muss man immer erst mal bei EcoFlow erfragen, was man drücken muss, wenn die Powerstation mal nicht mehr reagiert. Die Powerstation hier hat einen extra dafür ausgewiesenen Reset-Knopf. Ich habe den natürlich auch mal gedrückt, weil ich wissen wollte, was passiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Prozentanzeige der SOC sozusagen, also State of Charge, leicht verändert hat und ja, dass es die Einstellungen aus der App aber behalten hat. Also das heißt, die Einstellungen, die man bei der Powerstation in der App gemacht hat, bleiben erhalten, aber der State of Charge wird zurückgesetzt. Was hat das für Vor- und Nachteile? Wenn man einen Reset bei einer Powerstation oder einem BMS, einem Batteriemanagement-System, durchführt, dann setzt es alle Messwerte sozusagen zurück und ermittelt anhand der Spannung einen ungefähren Prozentwert, wie voll der Akku jetzt aktuell noch ist. Da sieht man hier ganz schön, dass sich hier der Prozentsatz um zwei, drei Prozent geändert hat. Das heißt, dieses BMS hat jetzt geschätzt, wie viel Strom hier ungefähr oder wie viel Kapazität im Akku jetzt aktuell noch drin ist, wie viel Leistung. Genau. Und das hat den Vorteil, Schrägstrich Nachteil, dass man jetzt die Powerstation neu kalibrieren kann. Wie macht man eine Kalibrierung? Man lädt die Powerstation einmal komplett voll, lädt sie komplett bis null Prozent runter und lädt sie wieder auf 100 Prozent. Und dann in der Zeit misst das Batteriemanagement-System genau die Ladungsmenge von null bis 100 Prozent mit und schaut danach, wenn man dann wieder Strom entnimmt, wie viel Strom wird jetzt aktuell entnommen, wie viel Leistung geht aus dem Akku raus und errechnet daraus den SOC, also den Prozentwert, der euch hier angezeigt wird. Das kann manchmal durchaus sinnvoll sein, weil die Technik hier drin ist zwar schon ziemlich genau, also das heißt, der Messwiderstand, der misst, wie viel Strom rausgeht, wie viel Strom reingeht, ist schon sehr, sehr genau, kann sich aber auf längere Zeit durchaus mal, ja, können sich die Fehler summieren, sage ich jetzt mal. Und dafür ist so ein Reset durchaus mal sinnvoll, dass man den machen kann. Ich hoffe nur, dass es bei der Anker nicht unbedingt allzu häufig, ja, notwendig sein wird. So, ich hoffe, ich konnte jetzt alle eure Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Wenn ihr euch jetzt für die Powerstation etwas näher interessiert, dann schaut doch mal unten in der Videobeschreibung nach. Dort habe ich euch die Produktseite zur Anker Powerhouse 767 verlinkt. Solltet ihr jetzt neu auf meinem Kanal sein und das Anker-Test-Video noch nicht gesehen haben, dann findet ihr hier oben das ausführliche Review zur Anker Powerhouse 767 und hier unten findet ihr eine allgemeine Kaufberatung für Powerstationen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute!